Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge YouTubers Live mit mir, Nevis IP, hier auf meinem Kanal, dem Jared hier und bald auch der Düya. Wir machen weiter. Elliot, hast du nicht gesehen? Lama muss er machen. Kann auch den Hauptrechner vorerst benutzen, weil ich bin immer noch auf Akquise. Habe aber im letzten Part, ihr erinnert euch, mit der Düya gechattet, ne? Und die Düya ist jetzt voll freundlich so, voll so auf gut und so mit uns. Deswegen stellen wir die jetzt mal ein. Da ist sie. So, Düya. Ich habe gesehen, ich muss dringend gleich mal wieder mit Jacqueline, mit Jackie chatten. Vorher muss ich der Düya aber ein Spiel organisieren, das sie haben kann. Und ich dachte da was an Nintendo DDS. An 3DDS habe ich gar noch nicht. Dann organisiere ich einmal ein 3DS. Aber warte einen Moment. Ich gucke mal etwas, was hier Mexican-Konsole nicht im Besitz, trotzdem... Ja, wird okay. Hier. Wir kaufen den, ist okay. Zack, zack. So. Gut, jetzt können wir ja mal gucken, was wir für den 3DS haben. Wo war es denn, das hier? Das möchte ich gerne, dass sie das als Thema macht. Ich bezahle das nicht. Zack. Öffnen. Die Konsole. Und gleich das Spiel, hoffentlich, kommt dazu. Gut. Öffnen. So. Du machst erstmal ein Video. Und zwar hiermit. Wann ist das rausgekommen? Du kannst dich mal an einem Preview-Video... Äh... Ähm... Na. Versuchen. Und zwar an diesem Computer. Hier, zack. Wir werden ein bisschen mit Jacqueline... Ne. Wir werden uns kurz angucken, was Jared verbrochen hat. Ich zeige das Ergebnis-Video. Hochladen. So. Du, Jared, machst jetzt ein PC-Spiel. Irgendeins. Mal schauen. Satans Rush. Kannst du weitermachen? Meinetwegen am Hauptrechner. Äh... Nein, 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 nein. Ich nicht. Jared sollte... Hm. Ich mach's. Okay. Der Computer arbeitet gerade. Warum auch nicht? Ja, das war jetzt... Äh... Ein blöder Fehler. Ich hab fast keine Punkte. Das lohnt sich eigentlich gar nicht anzufangen. Wir begründen... Wir machen mal eine Begrüßung mit Nachahmung. Uh, wow. Vielleicht wird's ein kurzes, aber knackiges Video. Ein singender Kommentar. Ein Ladebildschirm. Geht nur noch das. Uh. Jetzt wissen wir endlich, was auf den Ladebildschirm passt. So, mal gucken, was wir da so bekommen haben. Der Rechner ist kaputt. In jedem verdammten Video geht dieser Rechner kaputt. Was stimmt denn mit diesem scheiß Rechner nicht? Alter Schwede. So, Lade hoch den Scheiß. Reparieren. So, Jared. Du machst ein Video. Nicht ich. Du. Und zwar dieses hier. Zack. Und du machst es, sobald meins fertig ist, an diesem Computer hier. So. Ich werde was essen. Ne, ich werde erst schlafen. Mein Fehler. Schön, dass sie von der Seite immer einsteigen muss, zwingend, und es nicht anders geht. Okay, sie da unten ist fertig. Zeig mir mal dein Ergebnis. Oh, cool. Inhalt ist natürlich noch nicht so der Hit. Aber sie muss ja auch erstmal lernen. Das ist total in Ordnung. Wir gehen an den Kühlschrank und essen eine Pizza. So. Du machst derweil noch ein Video davon. Also ihr seht, es wird langsam so richtig... Naja, so eine Verwaltungsgeschichte, ja. Man macht nicht mehr selbst die Videos teilweise, sondern man lässt sie machen. Wir müssen unbedingt mit Jacqueline chatten. Geht gar nicht anders. Das müssen wir unbedingt machen. Und setz dich jetzt bitte an den richtigen Rechner, meine... meine guteste. Und wir gucken mal. Das Video von... von ihr hier bringt tatsächlich was. Da wollte ich nochmal kurz gucken, wie sieht es denn aus jetzt eigentlich hier mit den... mit meinem Kanal und dem Netzwerk. Ich glaube, die Grundvoraussetzung habe ich schon geschafft. Genau. Zwei Videos sind gegenwärtig da drin. Aber das ist doch gut. Läuft. Jared ist fertig, wenn ich das richtig interpretiere. Und jetzt geht er runter. Stopp. Zeige mir das Ergebnis. Hochladen. Mach ein Video. Du erntest dieses Genre hier ab, soweit wie es geht. Machst jetzt noch ein Gameplay-Video, danach machst du ein Walkthrough-Video. Warum den? Kannst du nicht den benutzen? Wir gucken mal, was unser Chat hier mit der lieben Jacqueline macht. Das ist mir wichtig, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ja, der macht, ich weiß. Aber du kannst ja... Das ist ja gleich fertig, das Video. Boah, guck mal, wie viel Geld wir haben. So. Gut. Dann gehen wir mal auf Einkaufen. Wir haben nämlich gesehen, es gab ein neues Spiel. Und jetzt will ich mal kurz gucken, ob ich das nicht direkt jetzt schon schaffe. Was war denn das neue Spiel? Das war irgendwie für die Honey... Honey Play Studios. Veröffentlicht 5. Januar. 14. 12. Januar. Hier, 14. Januar. Chocolate Banana. Little Pachinko. Wir machen hierfür... Wir lassen ihn hierfür ein Preview machen. Und hierfür auch. Jared macht jetzt mal Previews. Sie scheint irgendwie fertig zu sein. Zeige Ergebnis Video. Gut. Mädchen, das läuft doch bei dir. Alles gut, alles gut. Ein Zeichen mehr dafür, dass ich mich richtig entschieden habe. Was das angeht. Ne, du nimmst wieder deinen Rechner. Das ist jetzt erstmal dein Rechner. Gut. Da sind die anderen beiden Spiele. Guck mal hier. Sie hat 1.100 Dollar eingespielt mit dem ersten Video. Sie hat ein fucking Video gemacht und damit 1.100 Dollar eingespielt. Stopp! Stopp, du zeigst mir das Ergebnis. Gut, hochladen. So, wir machen das so. Ich gehe mal hoch. Jared ist ja jetzt eh erstmal weg. Da ist Jared wieder. Ich mache ein Video. Jared, du hast dieses Spiel hier gemacht. Du machst jetzt ein Walkthrough-Video hierzu. Ja, du nimmst jetzt mal den Computer hier ganz hinten. Und ich nehme den Computer da oben. So, neues Gaming-Video, um die Previews zu machen. Und guck mal, wie viel Geld das alles einspielt. Das ist krass. Du hast ein neues Spiel gekauft. Begrüßung mit Nachahmung. Ist zumindest gut. Gut. Zack. Ähm. Geht. Gut. Hier haben wir nichts Sarkastisches. Also nehmen wir den Zusammenfassung des Spiels. Philosophischer Kommentar. Hier haben wir wieder die falschen Karten. Ähm. Konstruktive Kritik. Ähm. Der Computer ist schon wieder kaputt. Ich höre es ganz genau. Und damit sind unsere Kommentare aufgebraucht. Und ich will auch gar nicht weitermachen. Reicht schon. So. Zack. Zack. Gut. Das passt alles wieder vorne und hinten nicht. Aber wir machen es passend. Das passt daran. Das passt daran. Zweimal rot. Zweimal rot ist auf jeden Fall der Fall. Ja. Na gut. Ist so. Oder? Können wir das nicht so machen? Ne. Dann haben wir da ja auch rot. Da auch. Egal. So. Machen ein paar Schinko-Preview. Irgendein Computer war kaputt. Ich habe es ja gehört. Der hier hinten. Gut. Reparieren. So. Dann. Zeig dir mal alle eure Videos. Du. Ja. Hochladen. Du kriegst. Du kriegst von mir gleich eine neue Aufgabe. Das hier war deins. Du machst noch ein Gameplay. Danach machst du ein Walkthrough. So. 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 Du zeigst mir dein Video. Oh gut. Wirklich gut. Hochladen. Mach ein Video. Du machst ein Preview bitte hierzu. Oh. Das ist mittlerweile richtig krass. Schlecht. Vom Wert her. Genau hier. Weiter. So. Ich habe das geschafft. Unermüdlicher Editor. und bin aufgestiegen. So. Dann mal das hier. Du bekommst mir Abonnenten durch angezockte Review und Unboxing Videos. Ich kann keine Unboxing Videos machen bis jetzt. So. Ich bin ja jetzt ein bisschen größenwahnsinnig. Ich verdiene richtig viel Geld. Mir geht es richtig gut. Ach. Das Leben. Das könnte ich. Damit könnte ich leben mit dem Leben. Ich gehe einkaufen so lange. Okay. Man kann nicht Playstation und 3DS zusammenspielen. Finde ich schade. Bedeutet aber. Naja. Dass wir halt da drauf ein bisschen Wert legen müssen in Zukunft. So. Ich kaufe ein bisschen Lifestyle. Dann. Closings. Mal schauen, was ich so an. Ich brauche Röcke. Ich finde. Das mag jetzt. Blöd klingen. Aber ich finde einfach. Dass Frauen Röcke tragen sollten. So. Muss nicht mal ein Minirock sein. Das kann auch ganz normale Röcke sein. Da bin ich nicht so leidenschaftlich. Oder. Letztenfalls so. Wählerisch. Aber halt Röcke. Der Computer ist schon wieder kaputt. Sheriffhut für die Frau. Wir nehmen auch das hier mal. Und das hier mal. Zack. So. Gut. Irgendein Computer war kaputt. Wir erinnern uns dran. Ich habe es gehört. Ja. Ich will mich unterhalten. Jacqueline. Zeig mir mal dein Ergebnis Video. Hochladen. Nontindo. Walkthrough. Für The Dentist. Nintendo Sea. Na klar. Öffnen. Öffnen. Jetzt kommt aber erstmal jede Menge Zeugs. Wir haben elf Tage Zeit. Also so wie ich das sehe, habe ich mit die ja durchaus einen Glücksgriff gemacht. Die scheint ja schon einigermaßen klar zu kommen. Zeige dein Ergebnis Video. Jut. Hochladen. Mach ein Video. Für dich möchte ich gerne, dass du jetzt dein Walkthrough Video machst. Ähm. Was ist das? Das ist das. Genau. Du machst jetzt mal dein Walkthrough Video. Ähm. Kannst dich an... Setz dich mal an den Computer. Ich bin mal gespannt, was passiert. Du machst auch ein Video. Hiervon. Ähm. Warte mal. Stopp. 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 Beenden. Walkthrough. Mach ein Video. Nimmst du den Rechner anschließend? Ja. Ja. Gut. Es ist schön, wie wir uns um viel weniger Dinge mittlerweile selbst kümmern müssen. Das finde ich richtig gut. Ja. Urheberrechtlich geschütztes Gedankengut einfügen. Intro mit 3D-Logo. Finde ich gut. Kann ja nur Tage dauern, bis sie oben ankommt. Ich verdiene richtig gut auch mit ihr, ja? Wir könnten theoretisch jetzt schon in diese Villa ziehen. Vielleicht machen wir das gleich mal. Du gehst mal schlafen. Guck dir das an. Essen. Unbedingt was essen. Sonst ist sie launisch. Und eine Pizza. Eigentlich können wir nur noch Pizza bestellen. So. Du zeigst mir dein Ergebnis. Hey, das ist so krass. Die ist richtig gut, ja? Die ist richtig gut. Mach ein Video. Das Video steigt hier gerade noch mal. Du machst mal noch ein Gameplay-Video davon. Der Computer ist besetzt. Du setzt dich hier dran. Wir rüsten jetzt einfach nochmal alle Computer auf. Ja, guck mal, wie viel Geld wir haben. Wie viel brauche ich denn jeden Monat? 2.000 muss ich übrig lassen. So. Intro mit 3D-Logo. Ja, 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 ja. Gut. Tja, ich langweile mich, was? Ich hab ja gesagt, wir rüsten jetzt mal die Computer auf. Machen wir mal schnell. Und wir müssen darauf achten, dass Jared irgendwann fertig wird. So, Amazing On. Nein. PC World. Und wir rüsten erstmal diesen Computer hoch auf den. mit der Tastatur, diesem Monitor. Oh, krass. Ähm, nee, den Monitor, den halten wir mal in meinem Hauptrechner vor. Erstmal. Webcam. Mikrofon ist auch schon das gute. Kopfhörer, wir können gerne nochmal die nehmen, falls es irgendeinen Unterschied macht. Und das gute Schnittprogramm. Zack. So. Du hast Produkte in deinem Warenkorb. Äh, bist du sicher, dass... Nein, danke. Ich wollte dir das kaufen. Ähm, nein, erstmal nicht. Ich bin noch dabei, meinen Laden zu führen. Sorry, Mori. Reparieren. So, Jared, du jetzt. Ah, das hättest du besser machen können. Okay. Ich unterhalte mich mit Jackie. Die gute Jackie. Vielleicht sollten wir dann doch drüber nachdenken, ob wir nicht... Ähm... Na ja, anfangen... ...die Dinge hochzuladen. Äh, Quatsch. Äh, ob wir nicht die nächste Villa nehmen, meine ich. Werbevorschlag. Äh? Ach so, doch, ja, klar. Von Nintendo. Klar. So, zeige das Ergebnisvideo. Hast du gut gemacht. Nach wie vor. Hochladen. Äh, einen Kurs belegen. Du, ja, du wirst mal einen Kurs belegen. Muss jetzt mal durch. Aber ich glaube... ...dass das alles um allem gut wird. Oh. No one can stop ist jetzt nicht so der Hit geworden. Verstehe. Ah, was sind wir denn gerade? 25. Januar haben wir. Hey, Kleiner. Ich bin ein Straßenverkäufer und verkaufe Videospiele. Ich habe ein Angebot. Wir machen mal das hier. Was heißt das? Aha. Keine Ahnung, was das war. So, Jared, mach ein Video. World of Shock. Ist das das neue Spiel gewesen? Ja. Wir haben ziemlich viele positive Spiele gegenwärtig. Hier fehlt uns aber noch so einiges. Chocolate Banana. Ich nehme den Rechner, bitte. Zack. Wir gucken uns jetzt mal den hier hinten an. Den müssen wir auch aufrüsten. Geht gar nicht anders. Das machen wir jetzt noch. Und dann endet dieser Part auch wieder. Klar. Aber ihr seht, es geht krass voran, ja? Äh, CPU. Alien Neo. Wireless-Tastatur. Von mir aus auch das. Monitor. Ne, den nicht. Maus. Man könnte mein Alienware hat hier ein bisschen Geld fließen lassen. Ja. Aufgrund der Tatsache, dass alles Alien-Neo-Produkte sind. Zeig mir dein Video, Mädel. Nee. Hä? Ach nee, sie ist fertig mit dem Kurs. Kurs ansehen. Sehr schön. Mach ein Video. Du machst mal hier ein... Wann ist denn das rausgekommen? Januar der 7. Okay, Preview ist vorbei. Du nimmst dafür bitte den Arbeitsplatz. So. Mittlerweile ist es reines Delegieren der Arbeit. Was ich nicht schlecht finde, ja? Ich finde das ziemlich gut sogar. Quatschen und nicht arbeiten ist eher eh mein Ding. Quatsch. Blödsinn, ja. So, der Jared hat wieder ein Video gemacht. Zeige Ergebnis. Jo, der hat wieder röchtig reingehauen, der Jared. Genauso muss es sein nach einem Video. Jetzt interessiert mich mal was. Du hast das hier gemacht. Du bleibst bei Chocolate Banana. Zack. Gut. Jetzt haben alle drei Arbeitsplätze zumindest gute Bedingungen. Ich sehe das so. Nachdem ich die Miete für diesen Monat bezahlt habe, werden wir wieder umziehen. Ich werde wieder neue Leute einstellen. Weil es ist einfach so, dass ich gegenwärtig, ja, zum einen hoffe ich, dass ich da zwei Fernsehpunkte habe. Obwohl, die können ja parallel gerade arbeiten. Sehr gut. Ja, wie dem auch sei, wir lassen trotzdem den Tag vergehen. Mhm. Sie muss mir mal das Video zeigen. World of Shock hat sie gespielt. Gut. Mädel hast du gut gemacht. Stopp. Stopp, 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 stopp. Duja macht wieder ein Video. Ich kann mir nicht leisten, dass du nichts tust. Wirklich nicht. Jetzt nimmst du mal den Arbeitsplatz da hinten. Danke. Und ich setze mich hier an den hier. Info. Gut. Wenn der Zustand deiner sich weiter verschlechtert, solltest du einen neuen kaufen. Kann man den hier aufrüsten eigentlich nochmal? Hä? Bist du blöd? Stopp. Stopp, 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 stopp. Gehe hier hin. Ach so, der hat ja gerade noch geuploadet. Gut. Aufrüsten. Zeig mal her. Yellow Ninja Gehäuse. Das ist krass. Für vier Punkte so viel Geld ausgeben. Na gut. Machen wir es mal. Wir wollen ja immerhin einen Flaggschiff-Computer haben. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt gerade kein Geld haben. Ganz im Gegenteil. Wir haben mehr als genug Zaster gerade. Mikrofon. Wir kaufen mal noch die nächsten Kopfhörer. Und Final Premiere Ultra. Vielleicht können das ja alles was. So, zeige Ergebnisvideo. Chocolate Banana. Du machst noch ein Chocolate Banana Video. Definitiv. Und danach machst du... Ähm... Ein Walkthrough. Ne, an dem hier. Gut. Gut, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wir sehen uns wieder beim nächsten Part von Let's Play YouTubers Live. Danke fürs Zuschauen. Wir ziehen um in die nächste Wohnung. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Nevis AP.